Ja und damit hallo und ich würde sagen Motor an. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem YouTube Kanal. Wir rücken jetzt aus. Wir gehen hier schon mal in Bereitstellung. Der ELW fährt auch schon vor. Los geht's. Verkehrsunfall, zwei BKWs und eine eingesetzte Person. Kommt. Ja, kleine Fälle. Genau, denn wir sind hier alarmiert worden zu einem Verkehrsunfall auf der Leipziger Straße. Und jetzt wollen wir mal schauen. Ich glaube, ich würde das ELW 24 gleich umstellen. Weil ich finde, von hier aus macht es kein Problem. Gleiches Telefon, 14919. Hier ist Telefon. Erste Lagemeldung. Verkehrsunfall mit zwei BKWs. Person eingeklemmt. Lage wird weiter. Das ist bestanden. Ende. Also, ich würde sagen, wir stellen uns hier einfach mal hinter den ELW. Können wir nämlich schön platzsparend arbeiten. Normalerweise wäre es jetzt cool, sich hier hinzustellen. Also links neben den Verkehrsunfall. Aber dann haben wir natürlich alles sozusagen weg. Deshalb, wir stellen uns einfach mal neben den ELW. Oder einfach hinter das NEF. Das geht hier eigentlich auch. Und dann haben wir ja auch noch so ein bisschen Abstand zum VU. Und dann würde ich sagen, geben wir einmal den Befehl zum Absitzen. Der Retter steht ja etwas weiter hinten. Hier auf dem Parkplatz. Weil so haben wir jetzt auch die Einsatzstelle adäquat abgesichert. Und wir müssen hier selbst nicht mehr tätig werden. Einsatzstellenmodus an. Blitze leuchten lassen wir mal aus. Aber wir können natürlich hier unsere Gerätefachbeleuchtung einmal einschalten. Damit wir auch erkennen, was wir hier alles brauchen. So. Während der Einheitsführer hier jetzt noch erkundet. Ganz klar Verkehrsunfall. Einmal eine Geräteablage. Die hätte ich gerne hier vorne. Und den Brandschutz stellen wir ebenfalls sicher. Das Ganze können wir ja hier machen. Dass das so ein bisschen getrennt voneinander stattfindet. Müssen wir jetzt hier gar nichts machen? So nichts? Als Maschinist? Das ist ja etwas langweilig. Ich dachte, wir müssen jetzt hier mehr arbeiten. Ja, das finde ich hier jetzt ganz cool. Also, dass hier gleich der A-Truppmann sozusagen, also der Angriffstruppmann hier übernimmt. Wenn der Truppführer dabei ist, hier die unterschiedlichen Rettungsgeräte zu nehmen. Wir können auch mal schauen, was jetzt hier platziert wird. Zum einen haben wir hier logischerweise unser hydraulisches Rettungsgerät. Sprich, einmal die Rettungsschere und den Spreizer. Dann haben wir hier eine Decke für den Patienten. Ein Haligentool als Sprechwerkzeug. Ein Rettungszylinder sowie einen Seitenschneider. Was man natürlich noch dazu packen könnte, wären jetzt irgendwie so kleinere Werkzeuge. Wobei, da wäre es halt einfach einfacher, wenn man jetzt hier so einen Werkzeugkasten hätte. Haben wir allerdings hier nicht. Die Bremsblöcke könnten noch mit rauf. Als Art Unterbaumaterial, weil gerade das brauchen wir jetzt. So, was ist hier mit dem? Schauen wir mal, ob wir die Tür aufkriegen. Die Tür klemmt fest. Es wird nicht einfach, sie zu öffnen. Ganz ruhig, wir holen sie da raus. Wir beruhigen erstmal den Patienten. Beziehungsweise in dem Fall ja die Patientin. Und dann würde ich vorschlagen, leiten wir eine technische Rettung ein. Machen dafür eine Zugangsöffnung. Das bedeutet, wir gehen hier wieder auf Verkehrsunfall. Lassen einmal das Fahrzeug sichern. Lächeln hier von 1-4-8-1-1-9. Das ist nicht so häufig. Das ist nicht so� Hass. Die Motorhaube wird aufgebrochen, damit wir jetzt im Endeffekt die Batterie abklemmen können. Das wurde getan. Das bedeutet, wir gehen jetzt hier vor, gehen wieder auf Verkehrsunfall und können jetzt zur eigentlichen Personenrettung vorgehen, einmal Personenbefreien auswählen und los geht es. So, wir können uns das ja mal neben dem Einsatzleiter einfach so ein bisschen angucken, was die Damen und Herren jetzt machen. Jetzt kommt nämlich der Spreizer zum Einsatz. Schön rein in die Tür und 1, 2, 3, da ist er auch schon offen. Normalerweise würde man jetzt ja diese Tür noch abtrennen mit der Rettungsschere. Es wird auch gemacht, ein Traum. Dann könnte man, wenn man das jetzt getan hat, angenommen man sagt jetzt, das Dach kann ja draufbleiben, wir kriegen die Person da so mittels Beinbord raus. Wäre jetzt halt die Überlegung, da die Person ja eingeklemmt ist, ob es jetzt nur daran lag, dass man diese Tür nicht aufbekommen hat oder ob sie vielleicht auch im Fußbereich eingeklemmt ist. Das heißt, dass man hier vielleicht diese Pedale, die hier sind, nochmal mit einem Pedalschneider abtrennt oder das Lenkrad hochspreizt und so. Das war wirklich auch diese Person halbwegs schonend rauskriegen. Aber dafür würde normalerweise auch ein innerer Retter reingehen. Das wäre halt interessant, wenn man das machen könnte, dass einfach zum Beispiel der Notarzt sich auf den Beifahrerplatz setzen würde. Weil wir ja wirklich ironischerweise alle anderen Türen öffnen können. Bedeutet, der Notarzt oder halt generell rettungsdienstlich geschultes Personal, ist ja bei einer Berufsfeierwehr so, dass jeder da rettungsdienstlich geschult ist, als Rettungssanitäter, Notfallsanitäter oder stückweit bei manchen auch noch Rettungsassistent. Und deshalb wäre es jetzt hier in dem Fall kein Problem, hätte sich der Notarzt einfach hier hinsetzen können und fertig. Das wäre deutlich einfacher gewesen, aber okay. Weil dann hätte man jetzt den inneren Retter gehabt, der würde jetzt überprüfen, logischerweise einmal das Verletztenbild von dem Patienten gleichzeitig hier schauen, haben wir irgendwo Airbags, die noch nicht ausgelöst haben. So, wir lassen die erstmal funken und dann legen wir hier weiter. Fahren die da immer so lang? Weil wenn die jetzt immer außen, also links sozusagen lang vorbeifahren, dann hätten wir uns nämlich auch hier schräg stellen können, das wusste ich nicht. Ich war der Meinung, dass die, dass wir halt hier freilassen für den RTW, weil ich das nur so kenne, dass der RTW ja an der Einsatzstelle einmal durchzieht. Das heißt, das wurde auf jeden Fall überarbeitet, was ja primär auch nicht schlecht ist. Aber um zur Thematik zurückzukommen, normalerweise der inneren Retter würde halt dann schauen, ne, gibt's Airbags, die noch nicht ausgelöst haben und 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 haben wir irgendwie, ähm, also abgesehen von der Patientenbetreuung und den irgendwie beruhigen, ein Stück weit da erste Maßnahmen zu treffen. Ne, dann gegebenenfalls Handbremse anziehen, Warnblinker einschalten und so, weil dadurch, dass der Warnblinker an ist, erkennt man dann später auch, dass die Batterie abgeklemmt ist, weil die ja nicht mehr leuchtet, logischerweise. Aber nun gut. So, für uns war's das, wir haben jetzt hier im Endeffekt die technische Rettung vorgenommen, der Einsatzleiter guckt sich das nochmal wertend an. Wir haben die technische Rettung vorgenommen, den Brandschutz sichergestellt, das Fahrzeug gegen Wegräumen gesichert, Batteriemanagement betrieben. Was man jetzt noch hätte machen müssen, logischerweise, hier sieht man's jetzt nicht so gut, weil die Tür halt einfach heil ist, aber wir haben keinerlei Glasmanagement gemacht, das müsste man natürlich vorher machen, ne. Wäre halt die Frage, ob man sowas noch einfügen kann, ne. Im Endeffekt die Scheibe abzukleben, da könnte man ja einfach Klebeband nehmen, dann interagiert man da, der hält das gegen und zack ist die Scheibe abgeklebt und dann zeitgleich mit einem Federkörner gegen zu gehen, also so einem Metallbolzen, der dann auf Spannung sozusagen diese Scheibe zum Platzen bringt. Das wäre ja eine Möglichkeit, damit man zum einen das Ganze noch so ein bisschen realistisch hat, weil wenn ich jetzt hier mit so einem Spreizer rangehe und diese ganze Tür deformiere, dann ist es logisch, dass da auf jeden Fall das Glas dann kaputt gehen kann, was wiederum auf den Patienten fallen könnte. Was auch effektiv gewesen wäre, wäre, wenn der innere Retter jetzt von der anderen Seite zum Beispiel der Patientin die Wolldecke überlegt. Aber nun gut. Das heißt, wir haben soweit unseren Einsatz abgearbeitet, können hier zusammenpacken. Jetzt dürfen wir auch endlich tätig werden, das heißt, einmal Salligan Tool schnappen. Hier wieder zurück. So, noch was. Na klar, nochmal ein Bremsblock, allerdings laufen wir hier nicht so wie der Einheitsführer durchs Trümmerfeld, sondern schön außen rum. Großen Zeitdruck haben wir auch nicht mehr. Und dann können wir auch gleich die Rückfahrt zur Wache antreten. So, dann tritt ihr einmal wieder hoch. Wahrscheinlich müssen wir hier gleich noch an die Schlauchhaspe. Ne. Junge, Junge, Junge. Oder? Doch. Hätten mich auch gewundert, wenn wir so einen Luxus haben. Das war ja nicht tätig werden müssen. So. Einmal die Schlauchhaspe lenden dran. Der Rettungswagen zwischen die Patientin ans Personal vom Krankenhaus übergeben. Das heißt, wir rücken hier schon mal ab. Hier reichen wir dann ankommen. Abschlussmeldung. Patienten ankerlos übergeben. Rücken nun rein. Komm bitte. So, nachdem der Rettungswagen seine Abschlussmeldung gegeben hat, werden wir das natürlich auch tun. Ich stelle aber gerade fest, dass der ELW auf jeden Fall so gar keinen Bock hat. Dann ist das der Führungsassistent, der sich da hingestellt hat. Da werden wir mal schauen, weil irgendwas muss der dann machen und hat es nicht getan. Das ELW ist jetzt auch schon weg. Das heißt, wir fahren dann einfach mit dem ELW zurück. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wahrscheinlich hat sich der Zugführer jetzt hier aufgegangen, weil er wahrscheinlich hier hätte hingehen müssen, hätte überprüfen müssen, ob man die Tür aufkriegt oder 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 theoretisch ganz streng genommen hätte man auch hier beim Polo, also hier bei dem roten Fahrzeug auch nochmal die Batterie abklemmen müssen. Bei beiden Fahrzeugen, weil bei beiden Fahrzeugen ja theoretisch eine Brandgefahr bestehen würde. So, jetzt können wir auch mit dem ELW abkriegen. Das heißt, einmal drauf auf den Sitz. Die Türen schließen. So, die Abschlusslagemeldung kam jetzt im Endeffekt nicht. Beziehungsweise man hat sie nicht gehört. Die abschließende Lagemeldung war jetzt im Endeffekt, Lage so bestätigt, Personen gerettet, einen Rettungsdienst rübergeben und dann am Ende des Tages ja Einsatzstelle an die Pol, denn die müssen sich jetzt darum kümmern, eine Unfallanzeige zu schreiben. Das heißt, der Unfallhergang wird jetzt dokumentiert, was ja dann später auch für die Versicherung recht interessant ist, fürs Gutachten und und und, was für uns jetzt als Feuerwehr erstmal irrelevant ist. Und zeitgleich wird natürlich auch ein Abschlepper zur Einsatzstelle geordert, was häufig in der Realität schon passiert, während die Feuerwehr noch vor Ort ist und dann da agiert, weil die Abschleppunternehmen ja stückweit einfach etwas brauchen. Ne, so dass man dann halt eine gewisse Zeit warten muss und damit man das überbrücken kann, wird das gleich immer so mit alarmiert. Beziehungsweise nachgefordert. Na gut, in diesem Sinne bedanke ich mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann am Freitag wieder bei einer weiteren Folge Notruf 112, die Feuerwehrsimulation. Bis dahin, tschüss.